Den Ertrag beim Wiederverwerten, oh. Craig, Craig bleibt immer gleich. Habe ich schon mal gehört? Morgen, Volt 76. Beuille. Wie schön ich aussehe. Na, na, na. Schaden. Total schaden. Besser geht's nicht. Los geht's. Das zaubert mir direkt ein Lächeln ins Gesicht. Aber jetzt ist gut. Jawohl, ich habe den Rob-Koffern. Warte, ich muss auch schon mal in der Bait-Säge spielen. Die Frage ist, was können wir... Mein Poop-Boy. Los geht's. Warte, machst du den falschen Arm. Was mache ich hier? Wie macht denn der das Rohr? Ah ja, an der Linke. An der Linke. Es wird Zeit, den Volt zu verlassen und Amerika wieder aufzubauen. Gut. Mach ich. Öffne die Tür. Oh, ist das schade für mich? Dass ich nicht stolz auf sie bin. Oh. West Virginia. West Virginia. Meet Strangers. Ex... Hör mir die Fresse jetzt, man. Ich erzähl gerade. Find flat ground. Drop your camp. Use the sources to build. Survive it's there. Gibt ja auch noch Waffen vielleicht. Ich bräuchte noch mal so ein Bazooka-Ding. Wow. Er fährt die Map ist desto. Er fährt die Map. Und wir gehen natürlich ganz klar Rieserad fahren. Das glaubst du aber. Ja, ja, ja. Raus, raus. Wow. Wird geladen, Stufe 2. Ich denke, es hat noch niemand geschafft, Stufe 2 direkt am Anfang zu machen. Tja. Gekonnt ist eben gekonnt. Ah nee, oder? Ach, ist das schön. Finde das Camp der Aufseherin. Gut. Aber ich will auch zum Riesenrad. Das ist natürlich klar. Ich brauche schnell, ähm... Oh Gott, ich habe voll viele Radiostationen gefunden. Warte mal, ich brauche was beschießen jetzt. Ich habe keine Waffen. Partyhut aufziehen. Brille aufziehen. Stifte in den Arsch stecken. Der ist tot, ne? Immerhin hat er eine Machete und Hundefutter. Ach. Gib mir das hier, Bitch. Du musst einmal im Monat die Lager am Vault checken. Diese Türen müssen sich ja irgendwann öffnen. Geht keine... Oh ja, na gut. Da kann ich mich hier nicht. Haben wir hier ein Problem, Alter? Woo! So, ich werde jetzt erstmal irgendwas bekämpfen. Freiheit. Alter, bleib nicht hin. Boah. Haben wir nur noch was zu klären, ha? Ich hatte eine Frage. Was ist das? Ich höre Hühner. Look at this Hound. I think it's a Hounders. Es hat 8000 Mal mehr Widerschaftskraft wie die Roboter. What the fuck? Hähnchenschenkel. Lecky. Boom. Fettsack. Fett. Glühwürmchen. Warte mal. Speck. Speckwürmchen. Alter. Haben wir hier oben was? Ja. Leute, da ist Stacheldraht-Gestock. Mod. Wow. Hör mal zu. Macht doch schon gut. In Ordnung geht's. Alter, rede ich die ganze Zeit? Weil ich die Spieler bei mir in der Nähe. Der hält nicht die Fress. Das ist echt bitter, wenn dir sowas wirklich passiert. Wenn du aufnimmst und Sprach-Chat durchgehend an ist. Bist du gefickt. Baa. Hey, Kätzchen. Was hast du denn da am Arsch? Ihh. Warte mal. Feuerhut. Ich hab gerade den Arsch von der Katze geerntet. Warte mal. Da ist irgendwas. Wilder Mischling. Stufe 3. Ich bin Stufe 2. Loki. Oh, yeah. So, bei der Alten angekommen. Aufs Herlockbuch am Arsch, Alter. Ich will Waffen. Wie, mir fehlen noch Schrauben. Ja. Ja. Ich mach mir erst mal einen Schäne-Revolver. Das glaub ich aber meinen Vorleihen. Anfertigen. Versteh ich mich? Das sind andere Spiele. Der Torsten. Am 14. kommt's raus. Es wird gebollert. Oh, man kann einfach einen Baumstamm sammeln. Hörn euch. Holzreste, Essensreste. Öh. Alter, ein Geschütz. What the fuck? Da vorne ist irgendwas. Oh, und ein Spieler. Ein Spieler. Das ist ja ein Mädchen. Ich dachte, mit dem Namen ist das ein Mann. Warum ist die schon Stufe 6? Und ich nur 2 oder so. Ich lass dich weiterziehen. Gwendoline. Okay. Was macht sie jetzt? Öh. Hallo. Ähm, wie. Pff. Da. Äh. 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 Das ist echt cool. Verbrannter, was? Alter, ich hab ein bisschen Angst, ne? Conner Strike Aben 3, 2, 1. Bam. Daaam. Schlagring. Wow. Da hinten schießen welche. Alter, der, der verbrannte Grasdacken schießt, ne? Warum schießen die verbrannten? Ich bleib jetzt hier bei dem. Vielleicht beschützen sie. Alles klar. Er hat ne Axt, er hat ne Axt. Fack, 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 fack. Also jetzt mal ohne Flachs, Leute. Das wird richtig, richtig cool. Oh, hier ist jemand gesucht. Helmut. Mehr Zweckangst. Sie erfüllt den Zweck, diesen Kerl in die Fratz zu schlagen. Nope. Die Steuerung wurde kurzzeitig deaktiviert. Schauen wir mal. Genau das bin ich. Level 1? Ich bin Stufe 3. Gut, ich bin zwar ziemlich alt und zusammengeschlagen und dreckig, aber ich bin Level 3. Und nicht Level 1. Okay. Ich hab ne Idee. Pass auf. Zustand. Das ist ein Scheißding. Das ist ein Scheißding. Verdorbene biologische Flüssigkeit. Welcome to Jackass. Oh, Alter, was ist denn das? Ein Opossum. Ach, guck mal da. Hallo. Flyfox. Ah, sehr gut. Beide gleichzeitig. Nice. Wen hast du da totgeschlagen? Ah, ein Überlebenden. Ist aber echt gemein von dir, ne? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das machen wir zusammen jetzt. Pass auf. Intim einladen. Komm, mit dir ein bisschen drei Leute killen. Follow me, David. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Was ist das? Ich bin jetzt Pazifist? Ach, guck mal, der Flyfox. Macht ein bisschen Crack. Was mit dem? Er ist voll am Ausrasten dahin. Ich glaub, wir sind generell alle Pazifisten, oder? Meiner ist so hübsch. Ich sprech doch die ganze Zeit. Ich bin jetzt Pazifist.